Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Scrap Mechanic, wo wir seit jüngstem neue Möglichkeiten haben, Fahrzeuge zu bauen. Und zwar haben wir neu dazu bekommen, ich werde hier einfach mal gerade meinen Lift hinsetzen und eine kleine Fläche ziehen. So, wir haben jüngst hinzubekommen, neben dem bisher üblichen Fahrer- und Beifahrersitz, einen neuen Fahrersitz und einen neuen Beifahrersitz. So, was sind die Besonderheiten dabei? Ganz einfach, ganz kurz erklärt, ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon unzählige Male im Internet gesehen, diese neuen Teile hier sind nur drei Blöcke breit oder schmal. Gut, das ist jetzt ein Block weniger als bei denen, die wir bisher hatten, soweit also keine so große Sache, sollte man meinen. Aber die Besonderheit ist, dass wir ab jetzt Fahrzeuge mit einer ungeraden Breite einfacher bauen können, um zum Beispiel ein einzelnes Rad in der Mitte zu bauen. Und was das für uns bedeutet, das seht ihr zum Beispiel hier. Ist hier das einzige Beispiel, ich habe noch ein paar andere gebaut, aber wir fangen erstmal damit an. Ich entferne diese Sachen hier mal gerade wieder. Außerdem die Platte hier, die brauche ich jetzt erstmal kein Mensch mehr. So, der Lift kommt weg und dann gucken wir uns mal an, was der Kerge hier gebastelt hat. Ihr erinnert euch doch sicherlich, oder vielleicht auch nicht, wenn ihr seitdem neu dabei seid, in diesem Fall herzlich willkommen, in dem Video mit den Motorrädern. Da hatte ich ja versucht, hier mit diesen selbstbalancierenden, mit dem Federglitch und Sensoren und so weiter, und es hat so lala funktioniert. Ich meine, man konnte damit fahren, man konnte damit fahren, das immerhin, aber, ja, es geht besser. Und selbst hatte ich gesagt, eigentlich könnte man es ja auch ein bisschen einfacher machen, könnte sagen, gut, okay, ich baue jetzt ein Moped mit einem Beiwagen. Und genau das habe ich hier jetzt gemacht. Besonderheit dabei, natürlich, wir haben den neuen Sattel, deswegen ist er auch hier schön mittig mit unserer Gabel. Wir haben den neuen Beifahrersattel hier beim, ähm, Dings hier, beim, 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 ähm, Beifahrer. Aber eigentlich wäre mir ein normaler Sitz lieber gewesen, aber das wäre mir dann zu groß geworden. Da habe ich gedacht, komm, dann mache ich es halt lieber so. Geht ja auch, kann man ja auch machen. Und, ich sag mal, Kerge wäre ja nicht Kerge, ne? Wenn es nicht hier irgendwie was gäbe, was man vielleicht mal anders gemacht hat als bei anderen. Deswegen haben wir hier hinten kein typisches Federbein, sondern eine Motorrad-typische Hinterachsschwinge, die genauso aufgebaut ist wie die Pendelachse, die ich euch schon gezeigt habe. Nur eben nicht zur Seite raus, sondern nach hinten. Will heißen, wir haben hier ein, ähm, freies Bearing für diesen Arm hier. Und diese Feder hier, die ist natürlich nicht so gebaut, wie sie, wie ihr sie hier seht, sondern ein kleines bisschen anders. Nämlich, so. Da oben ist die Feder. Und sobald ich den Lift entferne, dreht sich diese Feder langsam nach unten und wird das ganze Fahrzeug aufstellen. Zeige ich euch mal eben, so schaut der ganze Spaß aus. So. Und ab sofort haben wir ein gefedertes Moped, das als solches auch tatsächlich funktioniert. Wir können damit rumfahren, die so mal ein bisschen rein, damit ihr auch ein bisschen was davon seht, ein bisschen was davon habt. Es fährt sich, ich sag mal, relativ stabil. Also, es ist nicht schlecht. Ich meine, es ist ein Motorrad mit Beiwagen. Man muss damit rechnen, das Teil bei Zeiten auf die Seite zu schmeißen. Klar, da muss man vorsichtig sein. Aber ich denke, es ist doch, äh, relativ gut. Also, doch ja. Ich sag mal, dafür, dass ich es nicht kann, funktioniert es ganz gut, oder? So. Okay, das ist aber nicht das Einzige, was ich euch zeigen möchte. Ich würde sagen, ich hole einfach mal noch, oh, Wheelie Time, Wheelie Time, jawohl. Ich hole mal noch das zweite Fahrzeug. Und bevor ich das mache, wo ich gerade den Wheelie gesehen habe, fällt mir eines noch ein. Damit das Teil so funktioniert, wie ihr das hier seht, und ich ständig zu einer Seite sich, äh, rausdrücken will, war ich gezwungen, das Teil mit einem Allradantrieb zu versehen. Ist nicht ganz realistisch, weiß ich selber, aber auf die Weise funktioniert. Und ich sag mal, wenn man da nicht allzu sehr darauf achtet, dann ist es eigentlich okay, denke ich, oder? Ich meine, es fährt, es lenkt, es lässt sich nicht umschmeißen, und es sieht aus wie ein Moped mit Beiwagen. Also, was will man mehr? Gut, okay. Ich hole jetzt einfach mal das zweite Fahrzeug, das ich gebaut habe, und dann sehen wir weiter. So, weiter zum zweiten Fahrzeug, und ohne jetzt lange um den heißen Ball herumreden zu wollen, es ist, kurz gesagt, ein Quad. Und ich meine, gut, okay, so ein Quad ist jetzt nicht unbedingt das Besonderste in Scrap Mechanic, das hat man natürlich auch schon bauen können, bevor wir diese neuen Sattel jahrten, aber die Besonderheit in diesem Fall liegt in der Hinterachse. Ich habe mich nämlich entschieden, die Starrachse nochmal aufzubauen. Ihr seht das Freibaring hier, und das andere Freibaring hier vorne. Und diese Achskonstruktion, die braucht natürlich eine ungerade Fahrzeugbreite. Und die haben wir, die können wir jetzt ganz einfach erreichen durch den neuen Sattel. Kurze Fahrprobe. Das Fahrzeug ist relativ schnell unterwegs, besonders, wenn man bedenkt, dass der hintere Motor auf Stufe 3 steht, und der vordere gerade mal auf Stufe 2. Was ich hier versäumt habe einzubauen, muss ich zu meiner Schande gestehen, ist ein Stopper für die Hinterachse. Das heißt, wenn sich das Fahrzeug aufbäumt, und die weiter auf dem Gas stehen bleibt, dann kann es sein, dass sich die Hinterachse nach vorne drückt, um das freie Bearing in der Mitte, weil es da einfach nicht eingeschränkt ist. Das muss ich gestehen, habe ich versäumt. Das könnte man sicherlich anders bauen, aber so wie ich das hier jetzt konstruiert habe, ist das eher schwierig. Aber wenn man davon absieht, ich finde, es fährt sich ganz gut, es sieht aus wie ein Quad, es verhält sich wie ein Quad, es hat eine Starrachse hinten, was es irgendwie besonders macht. Und noch eine kleine Besonderheit, die ich so, glaube ich, noch gar nicht verwendet hatte. Hinten die Federn haben ja für sich genommen eigentlich überhaupt keine Kollisionsabfrage, mit nichts. Deswegen habe ich mich hier entschieden, diese Schrauben anzubringen. Das sind, ähm, Sekunde mal kurz, wo haben wir sie denn? Ah, bada, 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 hier, diese hier sind das. Die sind keinen kompletten Block groß und die Kollision ist auch keinen kompletten Block groß. Das heißt, auf diese Weise kann man hier so ein bisschen feiner abstimmen, wie groß diese ganze Aufhängung überhaupt werden soll. Gut, okay. Jetzt wollen wir das haben. Weiter zu Fahrzeug Nummer 3. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Fahrzeug Nummer 3. Und die 3 passt ganz gut, denn es hat drei Räder, es hat drei Sitze, es hat die Front eines Motorrades und das Heck eines Autos. Richtig, es ist ein Treik. Bin ich neulich mal wieder in den Kommentaren nachgefragt worden, habe ich dann gedacht, hä, wie, wo, was, wieso? Ich habe doch schon mal einen Treik und so, ne? Irgendwann ganz am Anfang mal. Aber ja, eigentlich habt ihr recht, kann man mal wieder machen. Gerade jetzt natürlich, wo wir diesen neuen Sättel haben. Hat auch richtig Spaß gemacht, das Ding aufzubauen. Besonderheit, auch hier natürlich mal wieder eine gewisse Besonderheit, in diesem Fall die Pendelachse. Die kennt ihr ja schon vom Rennwagen. So, wir drehen eine Runde. Wir haben zwei Motoren. Einer ist für das Vorderrad zuständig, auf einer relativ geringen Stufe. Warum das Ganze? Weil es auf diese Weise ein bisschen, sich ein bisschen besser lenken lässt, ein bisschen stabiler bleibt und vor allem, weil ich nicht ganz so viel Kraft auf die Hinterräder geben muss. Denn dieses Fahrzeug hier neigt dazu, gerne mal Wheelies zu machen und sich nach hinten zu schmeißen. Und das wollen wir natürlich gerne vermeiden. So, wir fahren damit mal zum Sammelpunkt. Der Sammelpunkt natürlich wie üblich da, wo bei Slash-Debug die X- und Y-Koordinaten 0 und 0 zusammenkommen. Oder zumindest etwa in der Nähe. Der Punkt, an dem ich gespawnt bin, der Punkt, an dem ich ne Flagge gesetzt hab, der Punkt, an dem ich die anderen beiden Fahrzeuge, die wir bereits gesehen haben, geparkt habe. Das ist unser Ziel und Sammelpunkt. Und ich meine, ihr seht vom Fahrwerk her, also, wie ich schon beim anderen Fahrzeug sagte, ähm, dafür, dass ich es nicht kann, funktioniert es auch ganz gut, nicht wahr? Also ich muss sagen, ich bin hier zufrieden mit, sowohl optisch als auch von der Funktion her. Es macht einfach Spaß, so was aufzubauen und es macht auch Spaß, damit herumzufahren. Dementsprechend übrigens eine schlechte Nachricht für euch. Einen Download-Link werdet ihr nicht in der Beschreibung finden, zumindest noch nicht. Ähm, das war ein Baum. Denn ich möchte gerne für diese drei Fahrzeuge hier noch eine rudimentäre kleine Bude bauen, ähm, eine kleine Garage irgendwo hier hinsetzen. Was weiß ich, vielleicht da unten an die Straße oder sowas. Das möchte ich gerne noch machen. Ähm, eventuell auch in dieser Aufnahme. Sprich, ich würde das Ganze gerne wieder so ein bisschen zusammenschneiden und euch dabei mitnehmen. Und, äh, dann gucken wir einfach mal, was daraus wird. Hier sind auf jeden Fall die drei Fahrzeuge, sie sind alle zusammen auf einer Map. Und sobald wir hier fertig sind, wird es dann auch den Download-Link geben. Und, äh, dann sehen wir weiter. Erstmal gucken, wie weit wir kommen. Das waren auf jeden Fall die drei Fahrzeuge für diese Folge. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, euch das anzusehen. Vielleicht habe ich euch auch so ein bisschen inspirieren können, das ein oder andere gerne auch besser, als ich es gemacht habe, nachzubauen. Sagen wir es mal so. Und, äh, ja, ich, äh, würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Lasst doch bitte, bitte Bewertungen da. Ähm, Daumen, Kommentare und so weiter und so fort. Ich meine, ihr wisst, wie YouTube tickt, oder? Ich brauche euch das, glaube ich, nicht erzählen. Wenn ihr das macht, dann sorgt das dafür, dass mein Video leichter gefunden wird. Und, äh, naja, das ist einfach die, a, die einzige und b, die größte Möglichkeit, auf die ihr mich unterstützen könnt. Also seid bitte so gut, ja? Danke dafür, ähm, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, ciao, euer Kerke.